So, kleine Aktualisierung. Ihr seht hier meine Website. Das haben sie mich gefragt, was ist so dein Ding? Dualität und Einig. Einig und Dualität immer im Wechsel. Unity und Choice. Choice und Unity. Jetzt muss ich mal kontrollieren, wo der Regler steht. Es scheint ziemlich leise zu sein, ja. Das ist Outer City. Tolle Software. Und hier ist die Seite. Nett und Berner Republik und Familie. Nett, Berl, Mütter, zu Cracker Info. Die gehen leider nicht mehr, die Cracker Info links, auf der Seite. Das ist hier dokumentiert. Mache ich dann in die Videobeschreibung. Es gibt das Nett Lied. Es gibt das Berl Lied. Wie die Berl TXC. Geheim. Wie die Nett TXC. Auszug. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Da, das war SIT erwähnen, das schreibe ich gern. So, wir fügen das da ein. Wir arbeiten zurück. Moment mal. Schließen, ohne zu speichern. Nicht speichern. Ich weiß nicht, was ich verändert habe. Ich habe gar nicht. So, das Problem war Bund, ja. Bundesrepublik. Union, Sowjetunion, United America, US, United States of America, Unidos, Estados Unidos, Mexico, Verein, die Vereinigten Arabischen Emirate, führen zusammen zur UNO. Jetzt habe ich Lieder gesungen, ihr könnt euch nicht vorstellen, für die Einigkeit. Das alles ist die Einigkeit. Was haben wir gebraucht, um nicht vom Heiligen Geist oder das Langeweile der Anonymis ausgeholt werden? Wir sind den Pfuhl durchbrochen, vor zwölf Monaten sicher gewahrt in weiter Zukunft. In zwölf Monaten wird es noch mehr Menschen gewahrt sein, in schwarz-weiß-grau. Aber es hat ein Lager gebraucht. Es sind hier gewesen, das erste Lager, die sich dessen in Anspruch genommen haben, bis Stammheim. Und es hat einen schon fast genervt, diese Einzeitigkeit. Die Republik ist ein Vehikel. Und wir haben versucht, Nett, Netzwerk, und das war dann das letzte Angebot, wie sie mich enteignet, verrückt sagt, an einem gewissen Orte befragt haben, Andreas, was um alles in der Welt ist die Alternative, Alternative Netzwerk, Duale Republik in Ausfaltung. Was ist das? Und ich bin seit 1998 mit Domains. Ich hatte Internet-Communities mit 300 Mitgliedern. Ich sagte ja, ich stehe heute noch dabei. Er ruiert es mal. Und der Bund sagt, dass er uns so lange durchtrug. Ich möchte ihn einmal anerkennen, wie so oft. So, das sind die Begriffe. Und da ruft mich ein Politiker an. Andreas, ist es dein Ernst? Und ich was? Naja, wenn der eine Politiker sagt, Liberai, Liberai, dann stehst du auf und sagst, Linetai, Linetai. Durch diese billige Umetikettierung, meinte dieser Mann, entsteht im Großen dieses Gerät. Und da hängen wir mit dran in Zeitkonstruktion. Wenn das die Zeit ist, jetzt bin ich 47 Jahre, war die erste Weltsystemanlegung sieben Tage. Da haben wir den Sonntag her. Hier ist irgendwo das Trennlinchen zwischen Nett und Berl. Und da ist mein Großvater mich am melden. Da ist meine Mutter am mich melden. Und ich sitze auch in die sieben Tage der Weltsystemgründung. Und mir wird gemeldet, dass ich hier 63 Mal an dem Nett-Aufbauplatz erschienen bin. Mit Trachthut und Wanderstab. Die Nett sind eine Ordnung geworden, wie die Bären in der Republik schon von Anfang an sind. Das sind zwei Reifen geworden. Da schaue ich über die Schulter. 40, 80 Jahre. Und an gewissen Orten in einem anderen Bewusstsein. Und von vorne kommt es, jetzt ist er, es geht ewig so weiter. Und die Auslöscher der Pyramidenspitzwollenden haben dann Geister gesagt, jetzt ist er wieder ewig, der Bär. Durch die Ergänzung Nett zu den Bären. Deswegen no hard feelings. Es ist ein Tandem. Es ist wie zwei Parteien in einem Lande. Ja, ähnlich. Ihr habt euch wohl. Bis später.